Musik Musik Herausforderungen sind unsere Leidenschaft. Genau deshalb liefern wir als TIMOS Maschinenbau Lösungen für besondere Einsätze mit komplexen Anforderungen. Mein Name ist Niklas Döppner und ich leite den Vertrieb im Hause DIMOS. Seit über 25 Jahren ist der Sonderbau neben den Standardmaschinen ein Hauptbestandteil der Produktpalette und Leistung von DIMOS. Vor einigen Jahren erhielten wir eine Problemstellung unseres Kunden, welche einen wesentlichen Teil zu erneuerbaren Energien und der gleichzeitigen Klimaneutralität beiträgt. Dieser benötigte für seinen nicht serienmäßigen Transport ein Handlingssystem, das durch die Verringerung von Taktzeiten wesentlich die Effizienz und den Durchsatz seiner Ware steigert. Zu Beginn stand wie in jeder unserer Anfragen das Problem des Handlings. In diesem Falle von Zeit und kostensensibler Ware, die zwischen zwei Übergabepunkten möglichst schnell verfahren muss. Bei DIMOS entstanden nach erstem Austausch Konzepte und Ideen, welche anhand eines Vollmodells dargestellt wurden. Bewegung und Funktionen konnten auf Basis eines Körpers visuell erprobt und anschließend mögliche Komponenten ausgelegt werden. Nach Abstimmung ist so ein erster konstruktiver Prototyp gewachsen, welcher anschließend in der Praxis mit den Schnittstellen wie Lade- und Übergabestationen sowie für Fahrwegen getestet werden konnte. Viele Gespräche mit den Anwendern erfolgten, bis die letzten Änderungen für eine Kleinserie vollzogen waren. Nach diesen drei ersten Geräten konnte man nach einigen Monaten Mess- und Erfahrungswerte in die bis jetzt über 15 gelieferten Maschinen einfließen lassen. Wir als DIMOS sind damit stolz, einen wesentlichen Teil für die zukunftsweisenden Energien beitragen zu können und stellen uns in Zukunft auch Ihrer Handlingsherausforderung. Getreu nach dem Motto, Challenges are our passion.